Raid Blocks, ja. Ja, genau. Das ist aber echt fies. Ja. Die haben auch Gefühle. Ach, wir haben keine Gefühle zu haben. Nein. Vor allem sind die auch gar nicht nervig laut oder so. Jetzt wandel dich um, du blöder Stein! Vor allem, wenn man im Lager steht, hört man hinten den Kolben aus dem Glowstone. Ja, super. Das ist logisch, wenn da ein Soundmuffler drinsteht. Wenn man im Lager steht, hört man von hinten den Kolben. Scheiße, Sani, was sagst du? Du rätst in den Kopf einen Kragen. Nö, eigentlich nicht, weil das stimmt aus meiner Richtung. In diesem Glowstone-Gebilde hört man trotzdem den Kolben. Ja, weil der Soundmuffler um dir herum den Sound weg macht. Und nicht um den Dingen herum. Eigentlich müssten wir die überall aufstellen. Ja, eigentlich müssen wir 600 Soundmuffler. Wir bauen einfach eine Straße aus Soundmufflern durch. Gibt das eine gute Idee? Anstatt Zäune Soundmuffler oder eine Straße, genau. Geht's denn da noch euch? Ja. Spontan sagt niemand mehr irgendwas. Das ist anstrengend bauen. Ja, ja. Geht's denn. Ich hab viel zu groß gebaut. Ja, das stimmt, aber... So, ich brauche Platz für ein Ritual. Ah, das ist ein Haus-Place? Ja. Soll's mal werden. Irgendwie soll ich dein Dach gleich weiter bauen? Da bin ich ja grad dran. Achso. Ähm, ich will jetzt nicht sagen oder so. Aber? Aber? Er sagt trotzdem was. Kann mal bitte jemand herkommen und mal kurz von oben im Fliegen hier rauf gucken? Auf was? Auf das, was du gerade baust. Ich könnte auch gerne einen Feuerball drauf schießen. Ähm, ja. Was denn? Ich bin da jetzt langsam vorsichtig, wenn du weitermachst. Ja. Jetzt wirst du jetzt, solltest du wirklich vorsichtig werden. Oh, könnte echt kritisch werden, ja. Ja, könnte man falsch verstehen. So, äh, wer will beim Ritual dabei sein? Ich! Bitte, das sind nur fünf Räume. Was wollt ihr von mir? Mhm. Brauchst du ein Schwert? Noch nicht. Ich kann's noch nicht aktivieren. Aber ich will schon mal raus. Aber es kommt gleich. Ihr müsst... Hol es raus, du Sau! Ihr müsst ein Stück Abstand nehmen, weil ich muss das Ritual erst aufbauen. Okay. Brauchst du die Nacht oder können wir erst schlafen? Nö, wir können auch erst schlafen. Aber jetzt sind alle da gerade. Das lohnt sich so. Ach, da hinten. Willst du uns für ein Ritual machen? Äh, ein Beinding-Ritual. Ich bin draußen dafür, dass wir erst schlafen haben, weil es so dunkel ist. Okay. Gehen wir erst schlafen. Sind wir ja auch alle da. Oh, hier ist schön hell. Wo mein Glossomapparat ist. Ja. Hier wird's jetzt auch wieder hell. Ja, ja. Hallo Boys. Hallo. Hallo. Ich fall durchs Bett, ich fall durchs Bett. Ah, komm. Gute Morgen! 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 So. Dann äh, ritualisieren wir mal ein bisschen. Wollen wir das machen? Ja, einfach mal gucken, ob die Fackeln dürfen nicht im Weg stehen. So aus wie die Steinen, die ich gebaut habe. Guck mal, weil hier einer neben sitzt, sieht der genau so aus. Na, der passt. Ähnlich auf jeden Fall. So, Moment. Wow. Was macht er da? Ja, ist das richtig. Ähm. Da müssen wir gleich noch eine Plattform irgendwo einziehen. Also, wenn jemand Lust hat, das ein... Mit die Ohren! Mit die Ohren! Ach, dahin! Dahin! Oh nein, Schauer! Nein! Das ist ein Schauer, verdammt! Oh nein! Nein! Lauft! Lauft! Versteckt euch! Wo sind die Tiere gelandet? Bei mir! Schockiere! Frauen und Kinder in Sicherheit! Nein, der nächste! Oben ist Haus getroffen! Nein, noch einer! Oh nein! Der Baum brennt! Der Baum brennt! Mach den Baum ausmachen! Mal wieder! Mach doch alles den Baum ausmachen! Ach du Scheiße! Achtung! Noch einer! Oh Gott! Oh mein! Oh schön, der Baum brennt ja richtig so! Und vor allem, wie gut das die Gäste alle aus... Oh Gott! Das ist eine Holzfrau, oder? Ja! Ich nicht! Dann müssen alle Gäste nochmal zurückkommen und dann zieht er auf! Reza, die Gießkanne! Hast du die Gießkanne? Ja! Wie löscht das? Äh... Oh, Entschuldigung, wenn auch immer ich da gehauen habe! Ich habe es geschafft! Ist alles aus? Ist alles aus, ne? Erstmal! Ja, nee! Erstmal! Wo brennt's denn noch? Der zweite Baum brennt noch, oder? Habe ich ihn jetzt erwischt? Ach der da! Na gut, der kann auch abbrennen! Solange das Baum aus nicht abbrennt! Okay! Dürft passen! Oh mein... Boah, die Wasserfontäne nach unten sieht heiß aus! Yeah! Oh fuck! Jetzt alles voll mit irgendwelchen Scheißzeugen! Irgendeiner muss aufmachen! Ja, ja! Sieht gut aus, ne? Ich räume auf! Bei die ganzen Häuser! Ach du Scheiße! Ich räume auf! Mach ihr mal weiter! Du heilige Scheiße! Aber gut! Rohstoffe frei Haus! Ich war schon fast fertig mit meinem Haus! Dann bin ich mal gut! Oh man! Ich räume auf! Macht ihr mal da das Reteil! Ach du heilige Scheiße! Also einen Schauer hatten wir bis jetzt noch nie! Äh... Den hatten wir bei uns schon, Sebi, zweimal? Dreimal? Ja, zwei Stück, zwei Stück hatten wir bis jetzt! Das ist ziemlich nervig, weil... Die haben Felder! Der Haufen Müll! Ja, du ähm... Ich hab ja hier das große Gewächshaus gebaut, ne? Ja! Und zwei Meteore sind voll reingekracht, ne? Aber die machen das Glas noch nicht kaputt! Doch! Die gehen doch... Die sind doch alle weiter oben kaputt gegangen! Die Meteore! Ne, ne! Die ähm... Die dicken Meteore! Die auch unseren Spieler... äh... unseren Gaff gekriegt haben! Cool! Endstone! Hier brennt's! Advent, Advent, ein Rother brennt! Warum brennt das denn hier ab und zu? Ah! Von dem Meteor bestimmt! Jep! Irgendwas so heiß hier gerade, ne? Oder was? Ja! Oh, direkt im Haus, da müssen wir aufpassen! Ich glaub das Rissuale wird noch ein bisschen verschoben hier, ja? Ach, Scheiße! Ich muss doch jetzt eh gleich noch ein äh... Kristall... Oh, das Haus brennt! Passt auf! Welches Haus brennt? Oh ja! Passt auf, wenn hier irgendwelches Fire-Oar ist! Ja genau! Nicht aufheben! Nicht aufheben! Fire-Oar nicht in die Tasche stecken! Genau! Nicht aufheben! Ansonsten brennt nämlich... Dann brennt alles um die Leute rum! Außer in den Rucksack darf man's packen! Ja! Aber ich glaube Frame hat eins aufgehoben! Hat irgendjemand Fire-Oar auf damit? Ja! Wie sieht das aus? Ähm... Gelbe Punkte! Rot mit gelben Punkten! Naja, hab ich nicht! Ich hab rot mit grünen Punkten! Ne, hab ich auch nicht! Nein! Hallo in unserer Wohnung! Oh nein! A-A-AH-AH! Äh hier brennt alles gerade, irgendwer hat Fire-Oar... Guck mal nach, guck mal nach ob irgendjemand von Euch hat... Ich hab tome sie raus. Irgendwer hat... irgendwer in der Nähe... Muss es haben. Wir trinken! Neva Emerald! Neva Lapic! Neva Redstone! Ich hab's! Ja! Die, die am lautesten schreit! Die, die am lautesten schreit! Und die ist halt ins Haus gegangen, um zu reparieren und jetzt gerade alles! Ich guck schon, wie so geschissen ist! What the fuck! Wie Daniels ha... äh, Daniels hapes Haus aussieht, ey! Das ganze Dach ist weg! Oh nein! Scheiße, das war ein Schubbrennt! Das kriegen wir nie wieder gelöscht, ey! Komm, beeil dich! Ich geh nach oben, ich lösch oben! Komm mal bitte alle ins Baumhaus, wir müssen das unbedingt mal löschen hier alle! Ich versuch's von außen ein bisschen einzudämmen! Die gesamte untere Etage brennt hier schon! Bei mir ruckelt alles! Der Keller, ja! Ich brenne! Ich hau alles kaputt, ist egal! Wenn die Packeln weg sind, dann müsst ihr die hinter neu setzen! Ja, aber jetzt scheint gelöscht zu sein! Wir können umziehen oder so! Ach, Quatsch! Jetzt hast du auch wieder was zu tun, musst du reparieren! Ah, scheiß Wasser! Wir sollen den Baum einfach abfackeln und ein neues Haus inbauen! Aus Stein! Das ist ne gute Idee! Oh Gott! What the fuck! Ich geh mal weiter aufräumen! Also Harpe muss nochmal wiederkommen! Ist dein ganzes Haus abgebracht, oder was? Nein, aber das ganze Dach, äh, fast das ganze Dach ist weg! Da war doch noch kein Dach drauf, oder? Ich mein ja... Haha, das machen wir jetzt einfach bei allen so! Was, das ist was kaputt, das war doch schon so! Also ich mein, er wär fertig geworden! Ich weiß nicht! Quatsch! Quatsch! Oh, ey! Fällt dir einfach mit Meteoritenschauer vom Himmel! Ja, nicht nur einer! Oh, da ist ein Fire-Oar! Das war nur ein Schauer! Ja, wie gesagt, beim Abbauen von Fire-Oar entweder ein Rucksack, oder, äh... Liegen lassen! Liegen lassen! Oh, mal ey! Black Trees! Aber Walle verliert sich jetzt! Hübsch hier! Ja, schönen Bund! Ja, schönen Bund! Und vor allem, äh... Frei Haus hier! Sämtliche Ressourcen! Ja, ist doch... Ist doch herrlich! Also ich weiß nicht, was ihr habt! Besser konntest du gar nicht gehen! Ich wollt doch mal ein Eisen wegräumen! Äh... Mal Inventar leer machen! Fire-Oar ist scheiße! War doch nicht so! Ja, was Fire-Oar jetzt auch nichts tun, ne? Oh Gott sei... Fire-Oar ist scheiße! Das hat sich in seinem Leben nicht ausgesucht! Doch! Das wurd so reinprogrammiert! Das hätt sich entscheiden können zu sterben! Ach ja! So, auf dass die Festplatten wieder richtig schön voll werden, ne? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Kannst du das mal ausheben? Ja! Kannst du mal sehen! Das ist so lange, Leute! Die gar nicht gedacht sind... Ja, so ein scheiß Fire-Oar aufgesammelt! Mach mal eben in 5 Minuten oder so, aber ne? Nö! Ne! Ich hab nur Calcium im Inventar! Oh, hier ist ein Fire-Stone! Will ich nicht immer! Ich habe keinen Rucksack! Also wenn nachher irgendwas noch steht! Bloß nicht abbauen! Außer ihr habt nen Rucksack! Uuuuuh! Müde? Ja! Geh ins Bett! Geht nicht! Wieso nicht? Nebel-WG? Nebel-Vertrag! Ja, ja, ich weiß! Nebel-Vertrag! Ab und Po! Ich soll euch übrigens allen schönen Gruß von meinem Stream sagen! Den sollte ich auf alle Falle da lassen, ne? Schönen Gruß zurück! Mach's heimlich Livestream den Bayer! Ne, 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 ne! Das haben sie mir vorhin noch geschrieben! Soll bitte allen schöne Grüße in der WG stellen! Achtung, da ist ein Fire-Off! Du hast ein Fire-Off mit! Uh, das Haus brennt! Uh, das Haus brennt! Uh, die Socken brennen! Uh, die Socken brennen! Du flammelst aber auch noch mal wieder rein hier! Waaah! Einfach setzen! So, dann schmeißen wir mal einen Lava-Kristall hier in das Decken! Ey, hier liegen Gias vor Blaze Haus rum und er sammelt sie nicht ein! Nö! Ganz gewiss nicht im Moment! Wer es hat! Es waren zwei Stück! Jaaa! Aber im geschenkten Gaul, ne? Nicht ins Maul! Richtig! Oh doch! Und so wie es noch mal gesund ist, oder nicht? Ja, stimmt! Viele Pferde sterben einfach, weil man denen nicht ins Maul schaut! Ja! Die ganz berufte Pferde nicht ins Maul schau-Krankheit! Mhm, genau! Boah, das ist voll übel! Ja! Aber zum Glück kann man da ja ein Pneumatik-Servo einbauen! Ey! Oh, 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 oh! Und da muss man sich nicht ins Maul schauen! Dann macht der Pfeunatik-Servo das hier für eins! Da hat er Spaß! Da hat er echt Spaß dran! Ja, da hat er 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 Spaß dran! Ja, 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 ja! Also, ich glaub hier, äh, mit Aufräumen sind wir noch lange beschäftigt! P! Ich glaub einfach dem Gast hinterher und sammle die ganzen Sachen an! Was ist dein Lieblings-Item aus, äh, Vizemis Monster? Mhm! Es gibt Items! Was kann man, was schön ist, was man craften kann! Weiß ich nicht, kenn mich damit nicht aus! Da spielt sie nicht mit! Da spielt sie nicht mit! Da spielt sie nicht mit! Naja, da spielt sie nicht mit! Ähm! Ich mach jetzt das Ritual ohne euch, oder was? Ne, warte, ich komm mal hoch! Ich muss eben die eine Wand noch fertig machen, dann! Jo, wieso kann ich jetzt nicht einsammeln? Olek! Olek? Kär! Was hat die denn jetzt? Ich guck mir grade Cat-Content an! Ah! Okay! 30 Katzen, die versuchen in ganz kleinen Sachen, äh, sich hinzulegen! Sowas wie ne Pringles-Packung oder ein Stiefel oder so! Aber ich glaub, das machen die unheimlich gerne generell! Ja, mein, da ist so ne, da ist so ne, so ne geile Box, die sieht aus wie so ein Fisch! Und da packt sich dann die Katze rein und guckt vorne raus und dann sieht sie aus wie ein Katzenfisch! Das ist so ein Körbchen, so ein geflochtenes! Und dann legt man normalerweise Obst rein! Das sieht aber aus wie so ein Walfisch oder so! Und vorne ist frei und da steigt sie dann rein und guckt vorne raus! Warum schlitten das Pferd eigentlich jetzt hier oben? Ah, schön! Ich hab grad'n Pferd getötet! Wahrscheinlich das, was man scheren konnte! Keine Ahnung, das war auf jeden Fall Geld! Ähm, das sind, äh, super! Was denn? Das sind super? Super! Ja, die können ja alle ausbrechen gerade! Ja, da sind Sachen, äh... Und darum, beim Abbauen hab' ich ja gerade das Pferd gekillt aus Versehen! Ja, und das war das Scherpferd, ja! Sauber! Das eierlegende Wollmilchscherpferd und, äh... Äh, Scherpferd! 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 Geht wieder rein! Oh! Ich wollte dich nicht umbringen! Geht wieder rein! Wir können eigentlich ruhig sterben, aber, äh... Das ist besser doof! Es ist jetzt im... Es ist jetzt im... Äh... Käfig, das... Im... Im Gefege? Es ist im Gefegefeuer gestorben! Also das Pferd, was ich hatte, ist jetzt im Pferdehimmel! Das kann ich dir wirklich... Wir können schon wieder schlafen, bevor wir was zu real machen! Ja, wir müssen wohl wieder schlafen! Welches Pferd ist im Pferdehimmel? Ähm... Deine! Das mit der... Das mit der goldenen Rüstung! So, abschlafen gehen!